hallo liebe leute willkommen zurück zu einer neuen folge move or die vielleicht fällt euch was auf was vielleicht jetzt neu sein könnte ja und natürlich haben wir crazy shark wieder am start hallo und den tz haben wir auch am start ja mal gucken ob du noch bockig wirst das werden wir gleich ändern also ich so dann wollen wir mal auslegen vernichtung dein name ist tz mehr sagt ja klar das crazy den ich krieg das ist doch abgekartet das spiel ach du scheiße wir haben wir das mit den blöcken oh mein gott das war ja nicht die beste mal nicht unbedingt ok konzentration das hört sich schon mal gut an für mich scheiße er kam da und siegte und batete wie die nie wie die witschi und jetzt haben wir das den scheiß schon wieder oh oh jetzt bin ich einmal runter geplumpft oh nein ah kacke mein letzter stein war unter mir gleich mal weg ich habe versucht darüber zu springen ist ich bin der teufel wo bin ich denn da wenigstens über uns keine dinge hä hä wieso bin ich runtergefallen das habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt ja in der fest scheiße aber das auch heute ich bin der teufel ich bin der teufel voll mies das war voll mies crazy wir waren Traitor wir haben uns nicht gewählt ja ja Traitor ne ich war innocent ja wir haben mich schwer geschoben er war geschossen ach kacke nein bietzog alix ja wir haben ein neun willkommen in der kaufsgerunde willst du mich verarschen Jetpack! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oh nein, dieser Scheiß! Was?! Ah, ah, ah! Ah, Scheiße! Ja! 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 Ne, lass mal! Wo bin ich? Ach da! Nein! Oh, oh, oh! 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 Nein! Ja, Mann! Ja! Der hat mich da voll reingeschleudert! Schon wieder! Jetzt wird das eine klappe Geschichte! Ja, ernsthaft? Bist du doof? Bist du doof? Haha! Hä, warum? Ah, ich hab mich vergessen zu bewegen! Ja! Oh Mann! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Der Team gewonnen! Verdammt! Ah, diese Millisekunde! Das ist ein Lägergerling! Das ist schon bestimmt eine Kontrolle! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ein Rücken, meine ich selber nicht ab! Ich bin gerade mit einem T-Shirt rum! Was ist mit einem T-Shirt? Ich hab mein T-Shirt ausgezogen, wir lassen sich durch Luft! IHRA! Na, zum Glück machen wir bei dir keine Cam-Aufnahme! Ja! Ich bin nicht erlaubt! Neue Runde! Neues Glocken! Ja, ich bleib mal mit einem Ritter! So! Oh, zweimal Bomben fangen! Okay! Oh, nicht einmal von mir! Ich, ich, ich! Hahaha! Das Spiel mocht dich! Ich krieg' aus! Tja! Ich krieg' aus! Ja, Mann! Ja, Mann! Das ist doch bestimmt voll mies, oder? Das ist das Letzte! Vor allem jetzt mit Bombe! Ja! Mach da mal herger! Oh, ich hab's doch geschafft, über die rüber zu springen! Richtig nice! Nein, der blöde Hassi! Komm her! Kann was denn? Kannst du knicken? Nein! Oh! Ja, Mann! Ja! Oh, Mann! Oh, Mann! Der jetzt ist was mosa queust du nie! Oh, Mann! Oh, Mann! So laut nicht, einig! Ich hab's vergessen nachher, ob ich da oben alle füge macht. Ey, nein, das ist alles meins! Man gewinnt sowieso da nicht gegen ihn, das ist sein Mal im Spiel. Oh, schon wieder. Nicht aus, das kommt richtig gut. Nehm mal vor. Nein, 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 nein! 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 Oh, so ein Scheiß. Am besten mach ich da. Ja, ja. Oje, bodenlos. Bodenlose Frechheit. Oh, meine Sätze. Oh, mein Gott. Nein! Ja! Ah, ich hab nicht gesehen, ob noch unter mir was ist. So eine Scheiße. Ja! Das wird ja auch wieder Spaß. Ready? Go! Wow! Come on! Nein! Ich wurde weggeschleudert! Scheiße! Ach, boah! Ich hab's gesehen! Was denn? Nein! Hä, wieso läuft der denn da rein? Wie doof ist der denn? Hä, wieso läuft der denn da rein? Wenn's weiß ich rein! Bio ist, die Bio ist ja vielleicht nur mit reingerannt. Aber geradezu reingerannt. los geht's nicht so weit. Ich bin so weit! Fallende blöcke im Dunkeln. Boah, das ist, das ist richtig. Aaaaach, Mann. Ja, war klar, ich hatte auf einmal so viele. Du hoffentlich ist jetzt vorbei mit diesem. Oh, und jetzt schon wieder Farb raus. Oh, los, auf, los. Nein, ich, 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 ich! Niiiice! Nein, 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 hast du gesagt! Das ist doch... Ich fühl mich diskriminiert. Könnt ihr mal aufhören, meine Blöcke da in anderen Farben zu streichen? Nein! Bitte! Nein! Bitte! Bitte! Nein! Bitte! Nein! Ja! Du hast das genutzt, um die Weckensüber anzuschreiten, ne? Nur ein bisschen! Kleiner Schlingel, ja, 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 ich hab's gesehen, aber... Oh, oh! Da! Könnt ihr euch drum streiten! Nein! Da gibt's Wuppen! Viel Spaß, alles! Nein! Nein! Los, nehmt eine ab! Danke! Oh-oh! 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 Oh totally! Ja toll, genau auf die Bombe gekommen. HÄH? Das war ja ne schnelle Runde. Was? Das fisch ich so auch nicht. Egal. Oh, Speedrun. Oh ne, der ist scheiße. LOL Aber der kacke ich schon wieder, komm ich doch schon wieder gegen. Nee doch nicht. NEEI! nobody wins aaaaaaahhh aaaaaaah falling blocks ready go ja hat er aaaaaaah du Piste was wo bin ich das geht gar nichts an Torn auf die Kette JAAAAAAA Hahahaha Hahahaha Was? Ja und so ich ja Hahahaha Hast du was gesehen? Ja bin ich voll in Unwachtung Ja wir beide, mich letztens Ja der Scheunter Ja Man kriegt nur das man erntet was man seht Ja Alter ich bin schon fast wieder im neuen Level Select your character Ja Ich nicht Ich gewinn ja hier nie Hahahaha Mie 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 War das Pinky? Hm Bereit oder nicht Breit? Bereit oder Kick? Du wählst Eins, zwei, ach ne die drei gibt es gar nicht Kick Ich denk mal Er sucht sich vielleicht sein neuen Char oder sowas Hä? Was war das jetzt? ah Okay Oho, Balos Select your favorite Notes Ahem Ahem Geisterschreck Oh nöööööö Ich 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 will nicht nackig sein. Kann mal einer? Danke. Wollt ihr mich? Nein! Nimm die scheiß Romme! Nimm die scheiß Romme! Aber warum? Nein! 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 Ja! Hör ich! Du musst nicht mehr gewinnen. Du darfst nicht gewinnen. Doch. Nein! Da bin ich Null! Ach, Scheiße! Danke, Kläger! Einer muss raus! Wir suchen! Danke! Nein! Jetzt hast du noch ne Chance! Du musst da rüber! Wollte grad sagen, bewegen! Aber du musst da rüber, ja! Weil sonst hättest du eh nicht gewonnen! Abgeworfen! Verdammt! Go Scares! Go Scares! Ready? Go! Ah, fuck! Brezla, wie erschrocken! Ja! Ja! Geil! Alle drei hab ich gekillt! Nein! Ich hab das gar nicht kapiert, das Spiel! Irgendwann hat er in der Buss! Ready? Go! Oh, geil! Ich will mal den Hut haben! Mein Hut! Mein Hut! Danke! Oh, der hat ja noch sich blöd! Scheiße! Wo ist der Hut? Ich will den Hut, du blödes Ding! So ein Partyhut! Das ist meiner! Oh, scheiße! Ja! Ich hab doch gesagt, es ist meiner! Sugar Rush! Ready? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja! Ah ja! Oh verdammt! Oh nein! Schweingart! Okay, jetzt ist der Hut! Danke! Ja! Oh! 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 Das ist das ja immer! Oh Arsch! Oh, hab ich eben geschweigen! Oh, hab ich eben geschweigen! Oh, oh... Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Ich bin jetzt gestorben. Bin ich zu weit rüber? Ich hab' gar nicht mitgekriegt gerade. Verstandst du nochmal dein Gespänster C auf der falschen Seite? Ich, 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 ich! Ach... Was kriegen du denn wir beide? Was haben wir denn jetzt für'n Spiel? Ach, das Ding. Okay, dann werden wir das. Oh, ne. Ist das die Stimme? Locus for Goals. Ach so, das ist krass. Bei dem Spiel geht das noch. Ja. Oh, oh. Oh, ich stand eben gerade auf den Rosan drauf. Scheiße. Jetzt gewinnt er auch. Welch halt? Hm. Go scare. Ready, go. Was ist das? Hä? Warum bin ich schon wieder? Ach, scheiße, ich bin schon tot. Kack. Hey! Hey! Schon wieder Hut jagt. Oh man. Ready, go. Oh man. Was ist denn los? Hä, wo ist der Hut? Oh da. Nein, da ist er. Hä? Wo ist er jetzt? Lass da oben. Hä? Wo bin ich? Was ist denn los? Ah, ich konnte endlich springen. Warum? Mein X-Tassel hat ihn gerade gezuckt. Oh man. Oh man. Oh geil. Mist. Und tschüss. Schon wieder hat Sigwone. Ja. Ja. Ich noch nicht. Blablabla. Nee, noch nicht ganz. Ich Stückel habe. Vertigo freigeschaltet. Ein neuer Mod. Cool. Du 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 du. Mach keinen Spaß mit dem Sieg. Nee. Immer nur verlieren. Das ist so doof. Immer nur verlieren. Wo ist mein Vertigo? Das können wir jetzt mal an. Raketen. Also, ja. Ich, ich, ich. Ich. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was für ein Meister. Was für ein Meister. Von, von was träumst denn du nachts? Wo bin ich? Hä? Lol, na das ging ja schnell die Runde. Ich, ich hab mich gar nicht gesehen. Vielleicht wegen NSF. Seht? Ein Rettling. Go. Ey, wie ist der faller Lauf? Wer war das jetzt? Ah, ok. Wir haben uns alle gleichzeitig erschrecken irgendwie. Speedrun! Ja, hab ich mal erwartet. Speedrun! Ja, das kann ich mittlerweile. Sieht man, wie du das mittlerweile so gut kannst. Ja. Ah, scheiße. Alle kaputt? Aber ich hab' gewonnen, ich hab' aber weitesten... Und somit hab' ich... keine Star. Aber so wirklich können, tust du's auch nicht, so dicht wie du da noch sagst. Oh, hab' ich steigert. Oh, oh. Ich hab' ein Problem hier unten. Oh, ich geh' vorhin, ich falle da. Verdammt, lol! Schmerz! Loll! Ich geh' gar nichts mehr! Und ich hab' gedacht, ich verliere jetzt, weil ich schon eingesperrt war. Nein! Leute, was macht ihr hier? Toll! AAAAAAAH! Ja, ich hab' mich voll eingesperrt, ich konnte nirgends wohl hin. Auf dem Schlusspunkt! Boah! Was machen wir jetzt? Ach ja. Nein! Hahaha! Hallo! Oh! Scheiße, ich kam da nicht mehr hoch! Nicht mehr rechtzeitig! Schon wieder Geisterschreck! Pick your poison! Ich, 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 ich! Wird sowieso nix! Oh, man! Ey, das gibt's nicht! Oh, echt jetzt! Hab' eh nix mehr zu verlieren! So, los geht's! Komm' ich mit Alias! Geister Schrecktosch doch im Dunkel! Ja! Hehehehe! Wolltest du mich erst denken? Was ist denn? Scheiße! Ich wollte auch gerade drücken! Er hat, er hat gesiegt! Ja, genau! Verdammt! Geschenke! Oh, ich krieg immer die Sam-Scheiß-Mode, ey! Oh, jetzt krieg ich noch einen Skip, okay! Geister Schrecktosch! Selechte deinen Charakter! Aber Controller macht mehr Spaß! Wie bitte? Mit Controller war echt eine Räder-Chance bei den meisten Spielern! Ja, aber... Und ein bisschen Übung! Ja, das stimmt! Ja, Übungen gehören auf jeden Fall dazu bei den Games, ja! Da sieht man die wahre Mario-Meister! It's a me! Mario! Ja! Nee! Ich auch nicht! Ich war eher so ein Star-Fox-Fan! Hehehehe! Oh! Dann machen wir unsere Privatrunde hier! Oh, wer darf denn... Nein, da war Spindel! Ich hab's nicht genommen! Haha! Ich, 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 ich! Oh, das gibt's doch nicht! Ich glaub, du würdest noch nicht mal genommen, wenn du gegen einen nur spielst! Hahaha! Ja, toll! Oh, das andere hast du besser genug! Oh, ich bin runtergefallen! Oh man, ich kam da nicht hoch! Oh, ganz viele Ziegenböckle, das konnte nur bloß blicken! Guck mal! Alles Freunde! Alles deine Freunde! Ja, ich hatte hier so ein paar langen Balken und kam nicht hoch! Oh man! Oh man! Boah, diese Lockvögel sind echt verwirrend! Findest du? Ich war da so! Tup 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 tup! Ja aber geil, ich bin gerade vorne gestohlen! Was ist das? Ist doch egal! Mit X schießt du! Gewinn daher sowieso nicht! Oh! Einer hat sich tot gestanden! Ja! Uah! Alter, ich bin da nicht durchgekommen eben! Geil! Warum? Statischer Sprung! Ja, aber da drin ist es wieder! So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist einer! Ah! Genau vor mir! Oh, das habe ich nicht mitgekriegt! Scheiße! Ok, dann mach so like aus! Crazy, was? Wo wir ja? Ja! Ja! Musst du die Rosan finden! Lol! Der ist genau reingesprungen! Äh! Mehr kann das sein? Wie bitte? Das wurde! Mehr Luftflüge! Aber komischerweise ist das jetzt ein Bot! Ja, wenn sie so gut... Wo bin ich? Scheiße! Ich bin runtergefallen! Oh! Ich bin in die nächste Etage gefallen! Das habe ich nicht mitgekriegt! Ich habe gerade gedacht, hä, wo bin ich denn jetzt? So... So eine Kacke! Ok! Oh, da hat nämlich der Rosane runtergeschubst! Ich glaube das nicht! Ja! Das ist so ein Stecker! Der ist für André! Hast du da noch einen Heimspieleranschluss? Ja, das ist so... Das ist so ein Scheiß Bot, der komischerweise reinkam! Ich... Ich... So ein... Crazy Bot! Was für ein Crazy Bot! Ob bin ich denn schon wieder Nacketeil? Boah! Ich sage ja auch, unsere Zuschauer sehen zum bald nichts mehr von uns! Ich... 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 Du brauchst es doch auch gar nicht sehen! Ja, das ist ein Kack-Bot! Ah, fuck! Nein, fuck! Alter, der Bot ist doch sowieso viel weiter als ich! Ja! Gegen einen Bot da zu gewinnen, das ist kaum eine Chance! Oh Gott, Kanone schon wieder? Ja! Ready? Go! Ich würde zuerst rein, okay! Wo ist der absolute Bot? Nein! Ah! Oh! Ich wollte den Bot haben! Ich bin da so gleich runtergefallen! Wie doof ist das denn? Ich mach den Bot, hoch! Oh! 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 Ich hab' nicht bewegt, ne? Aber du hättest dich aber locker treffen können gerade! Uh! Ja! Vorbeigeschossen noch! Ja, ich weiß! Obwohl er an der Ecke saß! Hier, du Bot! Bot, du Bot! Oh nein! Oh! Alter, wie weit wird man denn geschleudert, ey? Das war ja eben ganz schön weit! Nein! Und runter! Das gibt's super... Aber rechts runter! Und schleudert den Bot rein da! Das war jetzt... Boah! Ich hab' gewonnen! Ja! Dein erstes Mal! Ja! Ah! Rocky musst dich auflegen! Puh! Puh! Es sei'n gewonnen! Ja! Aber nur jetzt! Ja! Dafür bin ich jetzt auch endlich! Mit Capstan die ganze Zeit! Was? Was hab' ich da gekriegt? Üblich-Mode-Building-Blocks freigeschaltet! Ah! Das hast du aber auch gleich mal Hut gekriegt! Mmmh! Cool! Und jetzt wieder ohne Wort! Ne, jetzt haben wir die Runde beendet! Ist schon fertig! Ja! Wir sind schon fertig! Hoppla! Ja! Das war eine ausjährlich ne Runde! Jeder einmal gewonnen! Gibt's sagen, ne? Ja, schon! Und du! Ja! Ich glaub schon! Und du! Ein Ausgleich heute! Ja! 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 Weiß, der Verlierer muss das T-Shirt ausziehen! Ja! Na gut, dass du diesmal denn die Kamera hast! Bis nächste Woche! Bis nächste Woche! Tschüss! 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 Tschüss!